Hallo Radio Schwarzer Engel, liebe Freunde der düsteren Musik, wir sind Düsterlust. Wir eröffnen am Samstag, den 9. Dezember um 13 Uhr, den zweiten Tag vom RSE & Friends Festival in der Klangstation Bonn-Bad Godesberg. Und jetzt habe ich ein Knoten in der Zunge. Machst du weiter? Ich? Okay, wir haben auch noch ein Zwechel für euch. Wir verkaufen euch nämlich für genau 20 Euro ein Kombiticket für beide Tage. Und weil es so geil ist, legen wir hier noch unsere aktuelle Düsterlust CD obendrauf, so als Kombipaket. Das könnt ihr bei uns erwerben und zwar schickt ihr da am besten eine PN in Facebook an Düsterlust. Oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail an düsterlust.gmx.de Genau, allerdings ist dieses Angebot nur auf 5 limitiert, frei. Das bedeutet, haltet euch ran! Das war ein kleiner Eindruck von dem, was euch am 9.12. erwartet. Also, nicht verpassen! Bis dann, wir freuen uns! Tschau! 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 Vielen Dank.